Hier präsentieren wir die 5 besten Akku-Grasscheren-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Black Plus Decker Akku-Grasschere GSL 200. Das sind äußerst nützliche Scheren, die Ihnen bei kleineren Jobs helfen müssen. Mit einem Gewicht von 600 Gramm lassen Sie sich auch mit ungelernten Armen bequem anbringen. Dank eines bequemen Hals können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und Ihre Rasenränder verschönern. Die Arbeit erfolgt recht schnell. Dies ergibt sich aus der Realität, dass das reduzierende Messer mit einer Größe von 10 cm etwas wohltätiger ist als bei mehreren konkurrierenden Gegenständen. Eine kurze Grasseite wird zu schnell gemacht. Die Batterie von Black Plus Decker Ich sehe etwas Wichtiges wie die meisten Batterien-Scheren ist eine 3,6 Volt Batterie komplett eingerichtet. Die Lastfähigkeit ist 1,1 Ampere Stunden, aber etwas niedrig. Es gibt also nur 45 Minuten Arbeit auf der einen Zeit. Nummer 4. Einhell GCC G 3,6 Li. Vergleichbar mit der Gardena Schere ist diese Version von Einhell zusätzlich mit einem integrierten Teleskopwerkzeug ausgestattet. Dies schützt Deinen Rücken, da Du keine signifikanten Verrenkungen machen musst, um den Rücken zu erreichen. Beeindruckend ist auch die Handarbeit. Der GCC G 3,6 Li ist etwas größer als viele konkurrierende Artikel, aber er wirkt zusätzlich robust. Die Schnittleistung der Einhell Scherer ist immer noch in Ordnung, ist aber etwas gröber als bei verschiedenen anderen Versionen. Während typischerweise bis zu 6 Klingen gleichzeitig reduzieren, ist dies bei der GCC G 3,6 Li nur dritter. Dies ist für die meisten Anwendungsbereiche dies genügt, aber wenn Sie auf der Suche nach einem wirklich großen Schnitt sind, könnten Sie besser mit einem anderen Satz Schere sein. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Makita DUM 604 ZX. Während viele Scheren eine Messergröße von 7 bis 10 cm haben, ist die Klinge dieses Makitas viel größer. Mit einem Schnitt kann man 16 cm Grasseite schneiden. Das ist ein absoluter Vorteil, vor allem bei riesigen Geschichten. Doch auch die Leistung überzeugt Makita setzt auf moderne 18 Volt Batterietechnik, die im Gegensatz zur Konkurrenz impliziert, dass der Schnitt viel mehr und schneller ist. So werden Sie mit Ihrem Kanten wirklich schnell gemacht und können sich dann zurücklehnen. Wenn Sie nicht auf einen einzigen Preis dorthin gelangen, können Sie sogar die Batterie wechseln. Die Verarbeitung des DUM 604 ZX war sogar zusätzlich erfolgreich hochwertiges Produkt und auch eine robuste Montage deuten auf eine lange Lebensdauer hin. Nummer 2. Gardena Classic Coop 9857 bis 20. Diese Rasenscheren liefern eine wirklich haltbare und sichere Handarbeit, zum Glück hat der Ulmer Hersteller hier nicht ruiniert. Nicht nur die ergonomische Betreuung mit viel Griff macht einen gewissen Komfort, vor allem aber der mitgelieferte Teleskop-Deal. Damit muss man sich nie wieder beugen, um sich um den Rasen zu kümmern, kann aber den Job im Stehen bequem erledigen. Job macht Spaß. Die Nachbarn werden sicherlich auch mehr als glücklich über ihren Classic Coop sein, da die Schalauspuffs, die von der Schere emittiert werden, mit 79 Dezibel sehr niedrig sind. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bosch Home Endgarten 0600833102 Gras Schere Sät. Da diese Scheren nicht nur im gemeinsamen Bosch-Stil wunderbar verfeinert sind, begeistern sie auch mit ihrer wahren Beweglichkeit. Sie bewerten weniger als 600 Gramm, liegen bequem in der Hand und sorgen dafür, dass sie sicher keine schmerzenden Muskeln in den Armen bekommen. Nur ein kleiner Haken gibt es im Betrieb. Bosch legt großen Wert auf Sicherheit. Für manche Kunden viel zu viel. Bei Akkuscheren reicht es in der Regel aus, den Betriebsschalter gedrückt zu halten. Mit dem Isio müssen Sie trotzdem die Hand am Schalter halten und gleichzeitig einen Sicherheitsknopf mit dem Daumen drücken. Das kann in Zukunft auch ein bisschen ärgerungslos sein und zusätzlich dazu führen, dass die Linkshänder unter Ihnen benachteiligt sind. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.